Und im Studio ist dazu jetzt bei uns der Journalist und Aktivist Max Zirngast. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Herr Zirngast, Sie selbst sind vor ziemlich genau einem Jahr in der Türkei freigesprochen worden, sind dort monatelang selbst in Haft gesessen, wegen Terrorismusverdachts ebenfalls, hieß es damals. Was Sie zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst haben, ist, dass auch in Österreich wegen Terrorismusverdachts gegen Sie ermittelt wird und dass die österreichischen Behörden sogar mit den türkischen Behörden darüber in Kontakt waren, was Sie ziemlich in Gefahr hätte bringen können. Da hat ein Gericht in Österreich jetzt bestätigt, dass das nicht in Ordnung war. Genau, also es sind zwei Rechtshilfegesuchen an die Türkei geschickt worden. Und das ist eben auch einer der Punkte, wo das Oberlandesgericht uns Recht gegeben hat. Weil nämlich in einem dieser Rechtshilfegesuchen argumentiert wurde, dass auch in Österreich kriminalpolizeiliche Erkenntnisse vorlegen, die zumindest den Verdacht erwecken, dass ich mit Githin hat die Richtigste in Vereinigung sei. Und da gab es tatsächlich aber keinen Verdacht, außer einem BVT-Bericht, der inhaltslos ist und mich nicht belastet. Also diese terroristischen Vereinigungsermittlungen gegen Sie sind jetzt endgültig abgeschlossen, in der Türkei als auch in Österreich. Und in Österreich. Ich warte noch drauf, ob es noch in irgendeinem anderen Land was gibt. Wir wollen es nicht hoffen. Vor wenigen Tagen ist in der Türkei ebenfalls im Gefängnis eine bekannte Juristin im Hungerstreik verstorben. Diesen Tod hätte man ja von medizinischer Seite zumindest womöglich verhindern können. Also es gibt eben die Didaktik des Todesfastens, die in der Türkei, aber auch in anderen Ländern immer wieder angewandt wird. Wo es eben dann darum geht, gewisse Forderungen aufzustellen und die eben auch mit diesen Mitteln einzufordern. In dem Fall ist der türkische Staat dem nicht nachgekommen. Und sie ist dann leider tatsächlich ums Leben gekommen. Es gibt eben aber auch noch andere Juristen, Juristinnen oder auch Künstlerinnen, die ebenfalls so einen Hungerstreik oder Todesfasten durchführen. Sie kennen die Türkei sehr gut, befassen sich schon viele Jahre mit dem Land, auch mit der Politik dort. Sie haben selbst dort gelebt. Sie sprechen fließend Türkisch, waren als Journalist und Aktivist auch in der Türkei tätig, haben dort die Erdogan-Regierung vermutlich einmal zu viel kritisiert. Wie beurteilen Sie die Lage jetzt nach Ihrer Haftentlassung aus der österreichischen Ferne? Also ich bin immer noch regelmäßig in Kontakt mit vielen Freundinnen und Freunden in der Türkei. Also im Grunde hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel verändert. Also das Land ist seit Jahren eigentlich in einer tiefen Krise, in einer multiplen Krise, wo immer verschiedenste Krisenherde sozusagen ausbrechen und in den Vordergrund treten. Und das Gleiche sehen wir auch jetzt. Also es war nämlich auch völlig vollkommen klar, dass mit der Corona-Krise diese ganzen Krisenherde wieder ausbrechen werden. Das ist auch tatsächlich der Fall. Es ist natürlich zu einer extremen Verarmung gekommen, die auch davor schon bestanden hat. Jetzt auch eine extreme Inflation von alltäglichen Gütern. Aber eben auch eine Zunahme von Konflikten im Inneren und im Äußeren. Im Inneren auch innerhalb der Regimeallianz, wo es auch Konflikte gibt zwischen verschiedenen Fraktionen des Regimes, das mittlerweile sehr offen zu Tage getreten ist. Also vor zwei, drei Tagen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ist in der Nacht ein Abgeordneter der sozialistischen türkischen Arbeiterpartei von vier Personen niedergeschlagen worden. Und er hat davor mit dem Innenminister sozusagen einen kleinen Disput gehabt, wenn man es so ausdrücken will. Und der Innenminister hat ihn bedroht und gesagt, sei vorsichtig und schau, dass du nicht erwischt wirst. Und am Tag danach ist er eben verprügelt worden. Und das ist aber auch von Teilen des Regimes nicht so positiv aufgenommen worden. Und die haben eher gesagt, naja, das hätte man nicht machen sollen. Und ein Berater des Innenministers hat sich dann aufgeregt, dass sie eben nicht ausreichend Unterstützung bekommen hat. Das zeigt schon, dass es da auch Konflikte gibt innerhalb der Regimeallianz. Und zum anderen natürlich die Konflikte im Äußeren. Also wo wir jetzt in den letzten Jahren immer mehr sehen, dass die Türkei im Prinzip rund um sich herum mit allen Nachbarregionen, Nachbarländern in irgendeiner Form von Konflikt getreten ist. Und jetzt besonders halt im östlichen Mittelmeer, in Libyen und in Griechenland. Wobei man sagen muss, dass Erdogan und seine Regierung nicht auf der ganzen Welt so kritisch betrachtet wird, wie von Ihnen und von uns hier in Europa. In weiten Teilen der arabischen Welt oder besser gesagt der muslimischen Welt wird er sogar so als so etwas wie ein Heilsbringer betrachtet, weil er sich eben einmischt in Syrien, dort gegen Assad auftritt, weil er sich in Libyen einmischt und so weiter. Wie beurteilen Sie das? Also es ist auch, es ist ziemlich komplex. Also zum einen versucht Erdogan und der türkische Staat im Prinzip oder das Regime, dem er vorsteht, seit Jahren natürlich sich sozusagen irgendwie als Führer der muslimischen Welt zu positionieren, als Einführer der muslimischen Welt zu positionieren und dementsprechend auch Positionen beziehen. Zum anderen aber auch, gerade durch die Intervention in Libyen, in Syrien, im Irak, ist es zu zunehmenden Konflikten auch gerade in der letzten Zeit gekommen, mit vielen Staaten in der arabischen Region und tatsächlich sprechen sozusagen die journalistischen, ich will sie eigentlich nicht journalistisch nennen, aber die Sprecher, die inoffizienten Sprecher des... Die propagandistischen. Genau, die propagandistischen Sprecher des Regimes sprechen tatsächlich von einer arabischen Allianz gegen die Türkei. Also das sieht man vor allem an Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Die einzige Ausnahme da wäre jetzt Katar, wenn man von den Golfländern spricht. Also so einfach ist es nicht, weil da gerade vor allem in Libyen und in Syrien auch Interessen aufeinander prallen. Seit ein paar Jahren ist auch in Österreich immer vom langen Arm Erdogans die Rede, der bis zu uns reichen soll. Wir erinnern uns an die Angriffe in Wien-Favoriten. Vor wenigen Wochen Wolfsgrüße hat man da gesehen. Gestern erst soll es wieder einen Brandanschlag auf einen linken türkischen Verein gegeben haben. Wie ordnen Sie solche Ereignisse mit Ihrem Hintergrundwissen ein? Also zum einen sind das sehr bekannte Sachen, dass es tatsächlich Spitzelwesen und dergleichen in Europa gibt. Das andere ist natürlich, dass es seit Jahrzehnten Vereine gibt, die ja vom türkischen Staat unterstützt werden, beziehungsweise ideologisch den Regime-Parteien nahestehen. Dass sich das Regime ja mittlerweile, also die Wolfsgrüße, die stammen ja eher aus dem Umfeld der ultranationalistischen bis faschistischen Mehebe, die aber mittlerweile eben mit Erdogan sowieso in einer Allianz ist. Und das hat sich dann alles miteinander vermischt. Das passiert nämlich dann auch hier in Europa. Und dass diese Angriffe zugenommen haben, ist in der Hinsicht auch keine große Überraschung, weil sich sozusagen das Klima in der Türkei ja permanent verschärft hat. Und es war auch nicht der erste Brandanschlag auf diesen Verein. Vor zwei und drei Jahren gab es da noch ein, zwei andere, wo was Ähnliches passiert ist. Und das ist jetzt eben der letzte Stein in einer Kette sozusagen. Aber warum lassen sich Menschen, die zwar aus der Türkei stammen, aber womöglich dort gar nicht leben, eben sondern in Österreich leben, möglicherweise hier geboren sind, so einspannen? Also es hat auch sehr viel mit der Politik der europäischen Staaten zu tun, glaube ich. Also es gibt ja sozusagen auch dieses interessante Paradoxon, dass die dritte und vierte Generation, also die Jugendlichen jetzt, die eigentlich hier aufgewachsen sind, die die ganze Ausbildung hier gemacht haben, und die großteils auch sehr gut Deutsch sprechen, dass die tatsächlich immer weniger Teilhabe an den Gesellschaften in Deutschland und in Österreich haben und sich durchaus nicht unbegründet, ausgeschlossen und rassistisch an den Rand gedrängt fühlen und deswegen eben in dieser fiktiven Figur des großen Führers der Türkei und der muslimischen Welt eben eine Identifikationsfigur auch sehen. Das ist nicht der einzige Grund, aber das ist natürlich auch ein Grund, warum das so passiert. Ein Teil des Integrationsversagen der europäischen Länder, muss man sagen, oder? Ja, und auch tatsächlich der Alltagsrassismus, der Ihnen hier tatsächlich auch entgegenschlägt. Gestern hat ÖVP-Innenminister Neham in Österreich davon berichtet, dass zuletzt mindestens ein Spionagefall in Österreich aufgetreten sein soll. Ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht so überraschend, finde ich. Welche Ziele verfolgt denn Erdogan eigentlich bei uns? Also es ist im Prinzip sehr ähnlich wie in der Türkei selbst. Es werden nie alle Oppositionen verhaftet, aber der türkische Staat versucht, den Eindruck zu erwecken, dass es potenziell alle treffen kann. Und das wurde natürlich jetzt auch ausgeweitet auf die durchaus sehr große Diaspora. Manche sind österreichische oder deutsche Staatsbürgerinnen, Staatsbürger, manche sind türkische Staatsbürgerinnen, Staatsbürger. Also die türkische Staatsbürgerinnen hier sind ja auch mittlerweile wahlberechtigt bei den Wahlen, zumindest bei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Und deswegen ist es eigentlich keine große Überraschung, dass das auch hierher ausgedehnt wurde. Und es gibt natürlich immer noch familiäre Beziehungen und dergleichen mehr. Und da will natürlich die Regierung den Startdruck ausüben. Merken Sie da als amtsbekannte Person in der Türkei, sage ich etwas, hier in Österreich? Also ich persönlich glaube nein. Man merkt das ja auch nicht immer, also was mich betrifft, aber ich glaube tatsächlich nicht. Aber natürlich, also ich glaube alle, die in irgendeiner Form Türkei-Politik machen oder die eben über die Türkei journalistisch oder wissenschaftlich arbeiten und auch noch vorhaben, irgendwann in der näheren Zukunft in die Türkei zu reisen, passen natürlich auf, was sie wie wann sagen. Wann steht Ihre nächste Türkei-Reise an? Also im Moment nicht, aber jetzt eher wegen Corona. Ich würde dann aber schon gerne wieder in die Türkei reisen. Ich muss das dann natürlich jemals von der tagespolitischen Lage abhängig machen, ob das Sinn macht oder nicht. Aber ich würde grundsätzlich schon sehr gerne wieder in die Türkei reisen. Max Zerngast, ich bedanke mich für das Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung.